Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Faction Armageddon im Let's Play. Und da geht's jetzt weiter. Ah genau, das Video hatten wir schon gesehen. Äh, jetzt wollen wir springen, genau. Oh verdammt, das müssen wir alles nochmal spielen. Der hat den Speicherpunkt wohl nicht gespeichert. Das ist ja blöd. Einmal. Zweimal. Aua, hast du dir getan. Das will ich jetzt aber hier nicht normal leben, ne? Hier, weg mit dir. So, jetzt bin ich gleich wieder da, wo ich gehen kann. Wow. 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 So, jetzt haben wir noch mal eine gewisse Struktur in der Schamber. Wo, wo wir kommen. So, jetzt haben wir noch mal eine gewisse Struktur. So, jetzt. 2 Jahre später haben wir es auch endlich geschafft da anzukommen, wo wir einkommen wollen. Jumping können wir leider nicht. Well, that's... different. And there's nothing down here but some big metallic, ominous looking thing. Right, we want what's under it. Under? You sure about that? Look, if you can't handle the job... Not a problem. Sam, let's crack her open. Ich wette, das wird nichts Gutes. Das kann nichts Gutes bedeuten. Wir machen das einfach kaputt. Er kann sich sowieso gar nicht wehren. Während hier... So... Das sieht schon mal schlecht aus. Oder gut. Je nachdem wie wir es sehen wollen. Vielleicht habe ich es ganz auseinander genommen. Zack. Das dauert ja ewig. Das dauert ja ewig. Das dauert ja vor. Das dauert ja ein giacke. Das dauert ja nicht. Das dauert ja, das dauert ja. Oh, oh 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 oh... Woa! What happened? Guess we weren't supposed to take the camp off. All systems appear stable. All systems appear stable. That is a schön. Okay. Down the edge. Lifeforms approaching. Numerous lifeforms. You must be reading the Salvagers. Negative. These are non-human. Not human. Approaching your position. Rapidly. Oh, man. Something's moving down here. Hey, you read me? Like, I don't know what this place is, but pull me the hell out. That won't be possible, Mason. Oh, man. What are you doing? What are you evil? The true masters of Mars. Hell? Yes. Thank you for opening the seal. Despite the generations of bad blood between us, you will be honored in our lore. why are you leaving the spawn? Holy crap. Put them into the cave. How do you see them? Where am I? Und auf geht's auf irgendjemand, was ist man denn da? Magnetgewehr Super Habe ich die Pistole? Magnetgewehr So was haben wir hier, Pistolen Eine Vorschlag haben wir, na dann wollen wir mal Aber ich kann auch nicht schießen, warum nicht? Warum tust du nichts gewehrt? Oha Ja da bin ich echt mal gespannt, oh 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 Das ist bestimmt Sam, ich mag wirklich nicht das Das ist bestimmt wieder ein widerlichen Viecher, ich saß hier Gewehr ist kaputt, das gefällt mir ja gar nicht Oh Oh Shit Darius Ich würde hier nicht hallo schreien Ich würde da vielleicht mal aufpassen Das sieht irgendwo da aus, ganz ehrlich gesagt Sam Sam Kannst du ein Lock auf das Ding? Analyse 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 Super Hier ist bestimmt irgendwas versteckt Schade aber auch Hätte ja sein können Zack Erweiterung Das ist gut. Warte, das ist einfach. weiter. Es geht heiter weiter. Die leuchtenden Dinger zeigen mir den Weg. Das wäre ja wie auch zu schön gewesen, ne? Naja, wie ist jetzt was gesammelt? Dann gehen wir mal hier rein. Und voll. Zurück nach Berscht. Okay, der Weg führt mich... Ah, okay. Unkennungliche Formen entdeckt. Ich gehe lang gehen müssen. Was ist das für ein Viech? Wo wohnt er die Waffe her? Was ist das für ein Viech? Was ist das für ein Viech? Was ist das für ein Viech? Oh, nein. Aber ich spiege viele mehr hierher. Oh, hell. Da muss immer der Hammer rauskommen, ne? Das ist schlimm. Nein, haben wir ja noch. Bäm! Das war aber ein erstklossiger Headshot. Der hätte ich gern Keks für. Und nochmal. Was ist das für ein Viech? Dann sagen wir es mal so. Dann sagen wir es mal so. Wow, 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 wow. Das war doch nicht. Ich bin es ziemlich lang. Der würde ich einfach nicht in den Weg. Oh, fuck. Wo kommst du denn her? Kleiner Penner Die sind aber auch flink So, Reloading Und ab dafür Die Musik sagt schonmal Wird gleich was kommen, der wird gewechselt Die Musik sagt schonmal Hey, jetzt bleib doch stehen Du blödes Viech Blödes Friss halt das Oh, 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 es kann Es kann doch wieder etwas größeres Ekimus sein Oh, da werden noch mehr von den Kriegern Oh, da werden noch mehr von den Kriegern Was ist das? Hup 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 L Und ab geht die Action appropriation кіuck Wann ab dafür Hup zack super sprint nach vorne und das wäre immer mehr von den Viechern die sind auch ganz schön aggressiv die will ich aber nicht als haustiere haben das ist nicht so gesund Eieieieiei oh verdammt Gut, dass ich ein Licht dabei habe, sonst wäre ich ja echt aufgeschossen. Sam, hast du eine Idee von hier rausgekommen? Ich habe einen Räumen, aber es gibt ein paar Husten im Weg. Ich kann die drei Bugs. Ah, du musst mich schulden! Ich mag die kleinen Leute besser. Gut, dass ich einen Schritt hinterher habe. Oh, 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 oh. Stillhalten, denn jeder bekommt was ab hier. Oh, oh, oh. Ich mach einfach keine Wege, das ist natürlich auch was. Zack. Einfach laufen. Das sind so viele, da habe ich irgendwann gar keine Munition mehr. Zack, 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 zack. Wow. Mein Leben, ist das sowas von im Keller? Ja. Mist, dinger. Ey, ich plage, weißer. Da. Ja. Dann möchte ich nachts nicht im Blumen begegnen, muss ich sagen. Ich muss das Leben aufladen. Und weiter geht's auf Spaß. Ich nehme mir auch noch mit. Und los, 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 los. Piss dich. Oh. Naja. Oh, 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 oh. Das ist ein Ort, das hier gerade so im Gang ist, ne? Wie sind denn so die Plangeviecher jetzt weg? Und es ist nicht mehr so rot. Dieses Ort sieht so ausreichend. Individuelle Mining-Kolonee. Aproximadamente 43 Kilometer von der Bastion-Autskurt. Einige Leute, die da sind? According zu den aktuellen Workforce-Orderen, es sollte sein. Bitte sag mir, diese Dinge nicht loszulassen. Also, wie das hier erzählt wird, wahrscheinlich schon. Hör mal zu. Oh, verdammt. Wir müssen den armen Leuten helfen, also nicht zuhören damit. Wer ist nicht zuhören? Ladungswerfer. Okay. Gucken wir mal. Oh, 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 oh. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht. Jeder bekommt sein Pferd weg. Du bist aber böse. So, dass ich keine Pistolen mehr habe. Wer bringt mir nicht so viel. Shit. Shit, 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 shit. Nächstes habe ich nochmal noch. Warum können solche Viecher eigentlich schießen? Ja, eine Konsole kann ich hier schlecht benutzen. Das Bullet Drop. So, wo ist der nächste Spaßvogel, den ich mir jetzt vorknöffen soll? Put, 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 da oben. Oh, 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 oh. Und du auch noch? Boom, so, haben wir das. Okay. 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 So, ich hoffe mal, dass ich mich jetzt hier verbessern kann. Äh, nicht genug Geld für die ganzen Sachen hier. Das ist natürlich blöd. Und, naja. Ein wunderschönes Moment mitgewerb ich noch. Nein. Hi, Mann. Du bist ein wunderschönes Moment mitgewerb ich noch. Ich bin ein wunderschön. Haha, ich bin auf. Das ist alles. Ich mag die kreaturierenden Sachen, ne, aber Das ist mir echt zu viel Boah, das tut auch noch weh So, wo ist der Nächste? Da oben Und weg mit dir So Stirbt das denn nie? Doch, endlich Geht doch So Weg mit dir Und Ab dafür Und du kriegst auch noch eine Na komm So Und weg Huff Das war eine Sache Oh nein Und zack Nimm den und den und den und den Kommt runter hier ihr Feiglinge Ich mach euch alle fertig So Du willst auch Spaß haben Sam Sam Try to contact Kara She can help us track survivors If there are any Perhaps the creatures have yet to spread to the more populated areas Ja Something tells me it's not gonna be that kind of day Ja Dann Wollen wir mal hoffen, dass es dann doch Dein Tag ist Gott, ich kann auch nicht mehr sprechen, es ist zu spät am Abend Nach der Arbeit, ey Naja, gut Dann warten wir jetzt einfach auf die nächste Episode Die In Kürze folgen wird Und deswegen mach ich jetzt hier ein kleines Split Bis dann Bis dann